Hallo Freunde, kurz und bald, wie viel von einem Booth. Manu Elsen erklärt, dass er auch mit 140 Kilo einen Böse mal locker umhauen kann. Aber verdammt nochmal, Manu Elsen, das ist irgendwie keine Top-Leistung. Böse Mann ist ein Rettner, der irgendwie bei Rewe noch für Jahrleiter ist, um sein Taschendelt aufzubessern, Mann. Wie gesagt, ist doch kein Gangster und kein wirklicher Kämpfer, Mann. Er hat gegen deinen Bruder Silan Mies kassiert und ist jetzt irgendwie auch kein krasser Typ, Mann. Wie gesagt, er bellt nur an die große Fresse und kassiert dann. Wie gesagt, ich setze auf Manu, wie gesagt, er haut den locker weg. Wie gesagt, Manu, bist ja mindestens, keine Ahnung, 1,90 groß, böse schätze ich 1,80. Digga, hast du doch eh schon die 10 Zentimeter höher als er. Haust ihn locker weg und die Sache ist erledigt. Aber wollt ihr Streetfight machen, wenn du sagst kein Universum? Keine Ahnung, trefft euch NRW, Mann, auf der Street, macht ihr so einen Kreis, die Leute gucken zu. Mit Kamera, wer zuerst den Asphalt frisst, hat verloren und wer noch steht, hat gewonnen. So Fightclub-mäßig. Wer im Club gehört, gehört zum Club. Okay, meine Freunde, es warst du, du Flümmel. Buss, abonnieren, klack, nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.